Das ist eine gute Frage. wenn du einen Satz beendest, das Wort Blubb hinten dran hängst. Jedes Mal, wenn du einen Satz beendest, sagst du das Wort Blubb hinten dran. Und du weißt, dass nur ich dir helfen kann. Und alles, was ich dir sage, wirst du tun, damit dieses Wort wieder verschwindet. Eins, zwei, drei. Na? Na, Blubb. Bitte was? Jetzt mal ganz langsam. Was? Na, Blubb. Na, Blubb? Was soll Na, Blubb bedeuten? Ja. Was? Ja, Blubb. Hm. Sollen wir das mal wieder ändern? Ja, bitte, Blubb. Ja, bitte, Blubb. Okay, pass auf. Es gibt eine Möglichkeit bei der Hypnose. Davon muss ich allerdings, das ist gar nicht wieder ein spezieller Griff, dein Gehirn zur Säuberung einmal daraus nehmen. Das heißt, dein Körper ist komplett leer, kurz, und dann kann ich das Wort. Blubb entfernen, ist das okay für dich? Mhm. Also, sobald ich das mache, ist dein Körper komplett leer. Komplett leer. Komplett leer. Jetzt nehme ich das Gehirn. So, dass du ein Blubb entsetzt ist, allerdings verkehrt herunter. Wie geht's dir? Hm. Was möchtest du sagen? Zehn mal von eins bis zehn. Hm. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hm. Ist das denn richtig? Jetzt nehme ich es noch einmal raus. Jetzt setze es richtig runter rein. Wie geht's dir jetzt? Gut, danke. Was ist denn? Wie war das gerade? Erklär mal. Blubb, musste ich sagen. Ich weiß, dass du Blubb sagen musstest. War das schlimm? Nein, aber es war wie im Urlaub. Wenn mich alle gefragt haben, und freust du dich auf Urlaub? Ja, und ich freue mich aufs Fliegen. Weißt du, was das gemein ist? Das kommt jetzt wieder zu, ganz plötzlich. Ja. Sag mal was. Guten Abend, Blubb. Ich kann es auch wieder wegnehmen. Danke. Ich kann aber auch deine komplette Stimme wegnehmen. Sag mal was. So, ich glaube, ich kann den jetzt ja gehen, ne? Na gut, er ist hier wieder hier. Danke. Soll ich denn dann schimpfen ohne Stimme? Schildern. Kann er nicht lesen. Ins Bett. Zur Zeichnung. Leer. Was ist denn nicht leer? Wie fühlt sich das an?